Das verändert alles, meine Damen und Herren. Aloe Vera Zero. Ich habe einen Bueno genommen und zwei von diesem Aloe Vera. Kleines Frühstück auf dem Weg, um den Magen zu beruhigen, du weißt. Auf jeden Fall ist das hier der Store, der genau gegenüber von uns ist. Der ist ziemlich nice. Es gibt übelst viele coole Sachen hier. Hier könnte ich mich so einen Tag aufhalten. Chupa Chups, Getränke, halt alle Sachen, die es in Deutschland nicht gibt oder Österreich. Ja, so sieht er lauter aus, gell? Bisschen Pringels, Mingels, allerlei Sachen. Merkt man richtig, dass Zero ist? Ja, merkt man, aber es ist trotzdem sehr lecker, voller frischen Aloe Vera. Aloe Vera? Aloe Vera. So ein Bueno sorgt immer für einen glücklichen Schlag in den Tag. Glücklichen Schlag in den Tag, Bruder. Auf jeden Fall, das ist unser Frühstück. Lukas hat sich ein Bueno gehört. Ich habe einen Be Ready. Warum? We always ready. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Herzlich willkommen im wunderschönen Beirut, Libanon. Wie geht es euch? Wie geht es dir? Ganz gut gestorben. Kurz in der Nacht geht es lang geschafft. Bis um vier oder so gestorben. Jetzt sind wir da in Beirut. Es ist eine wundervoll schöne Stadt gestorben. Wir erkunden zum ersten Mal, nach drei bis vier Tagen, unsere eigene Gegend. So ein bisschen. Und es ist eine schöne Gegend. Das Wetter spielt mit. Es hat einmal ein bisschen geregnet. Ich bin ehrlich, ich habe das gar nicht so eingeschätzt. Es ist sehr frei hier. Es gibt sehr viele Sachen zu tun. Es gibt super leckeres Essen. Wir werden uns ein schönes Shawarma holen. Das wird auch unser erstes Shawarma hier in Beirut slash Libanon. Viel Spaß im Video. Und auch schaut euch mal diese Gegend an. Schaut euch mal dieses Gebäude an. Das sieht aus wie aus einem Harry Potter Movie. Wie eng die aneinander gebaut sind. Dahinter so einen riesen Wolkenkratzer. Macht wirklich Spaß hier in Beirut. Wir haben schon ein bisschen was erkundet. Das seht ihr natürlich alles auf dem Hauptkanal von Lukas. Aber bis jetzt haben wir noch kein Shawarma probiert. Und deswegen haben wir uns heute auf den Weg gemacht. Ein bisschen länger geschlafen. Und suchen jetzt nach einem leckeren Shawarma. Die Kombination aus diesem mittleren Osten Vibe. Du merkst ja, du bist im Libanon. Mit französischen, europäischen Balkonen und Gebäuden. Das ist schon auf jeden Fall was Besonderes. Wir sind auch gerade aus dem Hotel rausspaziert. Und ehrlich, es gibt Gruppen von Menschen. Wir sind wahrscheinlich zu 100% hier aufgewachsen und hier geboren. Die sprechen aber nur Französisch. Das hat Geschichte mit geschichtlichem Hintergrund zu tun. Weil hier, ich will nichts Falsches sagen, aber französische Kolonien früher waren. Hat nichts mit einer Kolonie zu tun. Das muss auf jeden Fall raus aus diesem Video. Nach dem ersten Weltkrieg wurde Libanon von Frankreich besetzt. Also Frankreich wurde das Völkerbund Mandat für Syrien und Libanon erteilt. Und deswegen sprechen die Leute hier französisch, verstehen es. An den Schulen wird es auch gelehrt. Geschichtsunterricht habe ich meistens. Was hast du da gemacht? Was auch ziemlich nice ist. Für alle Leute, die aus dem Ausland hier anreisen, gebe ich wirklich den Tipp. Wir haben da ein bisschen verkackt. Nehmt sehr viel Bargeld mit. Es ist sehr schwer hier Geld zu wechseln. Man kann es wirklich nur bei der Bank Audi. Hier steht es dann auch extra external Accounts. Und wenn das, also zum Beispiel bei dem könnt ihr nicht mit Bankkarten aus dem Ausland abheben. Sondern nur wirklich bei solchen Bankautomaten. Und das ist ein bisschen kompliziert. Wir haben sehr hohe Gebühren. Genau. Und ich würde auf jeden Fall ungefähr das mitnehmen, was ihr braucht auf jeden Fall in Bar. Und das dann hier wechseln lassen. Das ist die Variante mit dem ja auf jeden Fall am günstigsten. Durchkommen. Das hätte man auch wissen können. Es ist auch ein sehr kompliziertes System mit dem Geld wechseln. Hier gibt es gefühlt drei verschiedene oder vier verschiedene Wechselkurse. Einen auf dem Schwarzmarkt, der jetzt aber legalisiert wurde. Dann wirklich nochmal einen auf dem Schwarzmarkt. Dann wie ist die Bank, die wechselt. Also es ist nicht einfach. Die Libanesen unter den Zuschauern hier, die werden das wahrscheinlich kennen, wenn sie hier schon waren. Und genau. Der Tipp ist auf jeden Fall Bargeld mitnehmen. Das ist wichtig. Das ist wie ein Bakery. Das sieht gut aus. Dieses Brot. Ich sage euch ehrlich Leute. Fühle ich. Hallömi mit Lebne. Lebne. Noch irgendwas? Ashtar. Ashtar. Wir haben schon ein paar Sachen gegessen und sowas. Wir nutzen auch heute den heutigen Tag, um einfach selber auf unseren eigenen zwei Beinen mit unseren eigenen vier Augen die Stadt kennenzulernen. Unmittelbar. Unschwerbar. Vor uns erkennen. Erkennen. Vor uns erkennen. Das war meiner mal. Vor uns zu erkennen. Spiced and sliced. Wir probieren das. Das ist so ein bisschen modernere Art von Shawarma und schauen einfach wie lecker das ist. Davor werden wir uns aber jetzt ein kleines Käffchen gönnen. Käffchen. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Modern. Sieht eigentlich aus wie ein Burger-Restaurant, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch die moderne Art von modernem Fast Food zu designen. Ja. Modernes arabisches Fast Food beziehungsweise so. Ja. Starbucks ist auf jeden Fall inside the mall. Getting a little coffee. Auf jeden Fall, Freunde. Wir sind in einer wunderschönen Mall. Sieht sehr nach dem arabischen Sprachraum aus immer. Ich glaube halt, also auch in Dubai ist es so, ich nehme an, dass es deshalb diese Mall-Kultur so groß wurde. Weil es in den Ländern auch einfach extrem heiß ist. Ja. Du kannst halt nicht zwei, drei Stunden shoppen draußen auf der Straße. Das funktioniert nicht in Dubai, wenn es witzig war. Das macht absolut Sinn. Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Hi, sorry. Do you know what a Starbucks is? There's two. One upstairs and one downstairs. Which one do you want? Which one is nearby? This one? You can go with... We take the sunny one. Yeah. Thank you. Es gibt auf jeden Fall viele Cafés hier. Wahrscheinlich gibt es auch bessere Cafés als Starbucks, aber Starbucks ist so ein Laden. Du weißt, was du kriegst. Und das ist meistens wichtiger. Nicht meistens, aber in solchen Fällen. Weil ich bin zwar kein wirklicher Kaffeetrinker. Ich würde sagen, Lukas auch nicht. Aber wenn man seinen Kaffee möchte, will man den halt einfach so, dass er passt. Ey, yo, don't ride on me, ey. Don't horse up on me, fam. Starbuka, wir sind da. Ey, yo, don't stirr on me, fam. Wir haben uns auf jeden Fall einen Honey Cinnamon bestellt. Der ist sogar noch besser als der von gestern. Aber wahrscheinlich, weil wir ihn nicht gestört haben. Ich weiß nicht, den von gestern fand ich sehr gut. Geschmäcker können auch verschieden sein, okay? Eine Stunde später. Schawarma. Take a break. Machst du eine Pause? Take a shawarma. Take a break, take a shawarma. Eine meat shawarma. Eine meat shawarma. Shawarma original. Aha. Mit eingelegten Möse, Tomaten, Tachina. Es gibt auf jeden Fall eine dicke Auswahl. Also, dann hier Tortilla. Also, das ist eine shawarma original Chicken. Eine Tumut. Dann würde ich sagen, wir nehmen das und das, oder? Also, hier haben wir das Original. Ihr seht selber diese Knoblauch. Ist das eigentlich eine Aioli? Oder was ist das genau? Ja, das ist halt diese Tumi oder Tumi. Ah, Tumi, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Dann einfach nur Essigurken und Fleisch und der Wrap. Wir bekommen einen shawarma original Chicken. Ja. Und einen shawarma original Chicken. Chicken? Einen Chicken und ein Mead. Einen. 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 Ah, nein. Einen. 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 Also, so wie der ganze Imbiss, würde ich das mal nennen, aussieht. Ist sehr modern, jung gehalten, ist ziemlich cool. Ihr habt dann immer die Auswahl zwischen Meat, ganz normal, also Beef und Chicken. Und nochmal extra Salate. Und das ist eigentlich simpel aufgebaut. So, also du kommst hier rein, du weißt, du kannst dich ganz schnell entscheiden, du weißt, was du bekommst. Ja. Drei Spieße. Aus dem shawarma Shop McDonalds, also so der McDonalds. Ja, ja, ja. Ein modernisierter shawarma-Spot. Jetzt. Du kennst das vielleicht übertrieben. Ich glaube, es gibt nur zwei Shops in Beirut. Einer ist ein bisschen näher bei uns, der andere befindet sich in der anderen Carmen Area, wo du dich so gesagt aufhalten kannst, wo ein bisschen was los ist. Wir sind jetzt gerade in einer davon, ich glaube, die heißt Sisi oder sowas. Kuss geht raus. Und jetzt warten wir. Und ich werde jetzt kurz euch zeigen, wie die vorbereiten die Brüder. Das ist unser erster Shawarma-Bau seit langem. Und ich bin hungrig, du auch. Wir haben heute noch nichts gegessen, by the way. Kuss geht raus, Alter. Das sind auf jeden Fall wieder diese Snackgrößen. So, das sind so kleine Shawarma-Bonbons, weil ich sie jetzt auch nochmal in die Hälfte geschnitten haben. Und man merkt auch direkt, die sind nicht so dick. Fangen wir mit Beef an oder mit Chicken drauf? Mit was willst du anfangen? Also ich freue mich hauptsächlich auf das Meat, aber wir können mit Chicken. Dann fange ich mit Chicken an, du machst mit Chicken. Okay. Weil ich bin dann auch der, du weißt, Chicken is my thing. Wir haben auf jeden Fall, ihr habt es selber gerade gesehen, scharfe Soße drin, so eine scharfe Paste. Boah, das Brot, also man sieht, das Brot ist schön knackig. Der Querschnitt ist ganz simpel. Wir haben einfach diese Thoumi-Soße, diese scharfe Paste und einfach 80% Chicken und Brot. Bon Appetit! Gute Shawarma, das Brot ist lecker und sowas. Auch ein bisschen knackig, das mag ich. Die Essigurken merkt man. Das könnte für mich deutlich schärfer sein. Und wahrscheinlich wird der Beef auch der stärkere sein und ich sage euch auch warum. Chicken könnte noch juicier sein. Das ist auch alles, aber geschmacklich sitzt der on point. Ich sage auch insgesamt, du brauchst eigentlich immer einen Shawarmaplatz, wenn du ein gutes Shawarma haben willst, wo viel los ist. Was das Fleisch immer frisch geschnitten wird. Hier sind jetzt vielleicht in den letzten zwei Stunden vier Leute reingekommen. Das heißt, die Spieße sind schon halb unten und die stehen da halt und trocknen auch so. Dann schneiden die runter und dann kriegst du das trockene Fleisch. Dann würde ich trotzdem fetzen kommen. Einmal die Woche nach dem Sport, vorm Sport, auch dazwischen vielleicht. Hier sieht man auch diese rote Paste, presst sich schön zusammen mit diesem Thoumi hier raus. Schon sehr sehr lecker. Essigurken auch gut drin. Alojke! Let's eat them beef things, ja? Was sagen wir euch zu dieser Öffnung hier? Warum ist das so eine weirde Öffnung eigentlich, ja? Was ist das? Das ist die Punani Öffnung. Okay. Man kann auf jeden Fall Petersil, Tomaten und Essigurken erkennen. Was für mich auch die absolute Kombination ist. Mehr brauche ich eigentlich auch hoffentlich. Ich brauche knuspriges Fleisch, Tahina, ein bisschen Schafersoße, Essigurken, Tomaten, Petersilie, das reicht vielleicht noch Koriander und knuspriges Rohr. Wow, 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 wow. Nein, damit nicht. Aber jetzt nichts zu überwältigen, sondern es ist solide 8 einfach. Genau. Immerhin kommen sie zu holen. So wen fühlt man auf jeden Fall, gell? Mhm. So, weil ich habe auch safe schon schlechtere gegessen. Aber die hier wissen auf jeden Fall, wie man Shawarma macht. Und die sind auch berechtigt gut, meiner Meinung nach. Absolut alles richtig und okay hier. Ich glaube, Shawarma werden wir nächste Woche in Damaskus oder Aleppo, die wahrscheinlich Essen haben, die wir je gegessen haben. Und wir werden rausfinden, wo es die besten Shawarma der Welt gibt. Weil wir haben wirklich schon sehr viel Shawarma probiert, wenn ich so überlege. Auch ein paar Teile über die ganze Welt, gell? Crazy. Erbil, Bagdad, Ägypten, hier jetzt. Hier werden wir auch noch wirklich welche, also richtig, wir haben einen Laden gesucht. Das werden wir bei Lukas auf dem Kanal probieren. Der wird sehr, sehr gut sein wahrscheinlich. Und dann geht's rüber nach Syrien. Dann können wir euch auf jeden Fall sagen, wohin ihr müsst, um den besten Shawarma zu essen. Meine verehrten Zuschauer, wir haben aufgelse. Es war super lecker. Wir sehen uns draußen. Bye, guys. Bye, bye. Lovely me in here, yeah? Okay, meine verehrten Zuschauer. Ich würde mal sagen, das war's auch mit diesem Video. Kuss geht raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus diesem Video. Auch für eure Reisen vielleicht in das schöne Land Libanon. Das waren so jetzt mal die ersten Einblicke. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Kuss geht raus. Kuss geht rein. Peace fans, boost, ain's lois. So, jetzt leid ich in euren Dierenfle flekig.